Die Verwendung von Echtzeitdaten Der nächste Punkt auf unserer Liste mit guten Dashboard-Design-Tipps bezieht sich auf die Erkenntnis, überansprüche den Einsatz von Echtzeitdaten nicht. In manchen Fällen führen zu detaillierte dargestellte Informationen nur zur Ablenkung. Sofern die Anwender nicht Live-Ergebnisse verfolgen, müssen die meisten Dashboards nicht ständig aktualisiert werden. Echtzeitdaten dienen dazu, ein Bild einer allgemeinen Situation oder eines Trends zu zeichnen. Die meisten Projektmanagement-Dashboards müssen nur regelmäßig aktualisiert werden, wöchentlich, täglich oder auch stündlich. Schließlich zählen vor allem die richtigen Daten. Darüber hinaus können auch automatisierte Alarme implementiert werden, sodass das Dashboard selbst benachrichtigt, wenn ergebnisrelevante Anomalien auftreten. Auf diese Weise arbeitet das Aktualisierungsintervall und intelligente Alarme Hand in Hand. Damit ist sichergestellt, dass du und deine Anwender dir unzählige Arbeitsstunden erspart.